Weil vieles in Teil 1 nicht ganz so gelaufen war, wie von uns erhofft und gedacht, wollten wir diese Chance unbedingt auch nutzen, um es einfach nochmal besser zu machen. Was meiner und unserer Ansicht nach in sehr vielen Punkten auch gelungen ist. Haltung, Haltung, Schiefinspektor, nicht so schlofen. Kreuz durchdrücken, Brust raus, Kopf nach oben. Ja, ja. Nicht ja, ja, das ist wichtig, auf sowas achten die Menschen. Wer schief geht, wird schief angeschaut, nicht wahr? Schief, Inspektor? Zur Story. Der Wichser ist zurück. Allerdings scheint diesmal jemand anderes unter der wunderschönen Knochenkorbmaske zu stecken. Dazu hat Wixi auch noch eine Todesliste mit sieben Namen veröffentlicht, die er zu ermorden beabsichtigt. Und mein Kollege Verylong ist einer von ihnen. Mehr muss ich gar nicht verraten. Wolle Rose kaufen? Du willst mehr wissen? Dann klicke doch jetzt einfach auf den Link.